Herausfordernde Zeiten erfordern ein Überdenken unserer Arbeitsweise. Digitalisierung ist nicht nur eine Option, sondern ein Muss in der Industrie. Die Industrie ist auf dem Weg zu einer besseren Vernetzung und nachhaltigeren Prozessen mit einem positiven Einfluss auf unsere Umwelt. Von der Vernetzung einzelner Maschinen zum intelligenten Materialfluss. Willkommen in der Fabrik der Zukunft. Bosch gehört zu den Pionieren industrieller IoT-Technologien. Und wir nutzen diese Technologien nicht nur, wir entwickeln sie in unseren eigenen Werken. Wir setzen sie weltweit in vielen unserer Werke und Lager ein. Eine dieser Lösungen ist Nexit, unsere Industrie 4.0 Software. Nexit ist flexibel, modular und lässt sich leicht in alte sowie neue Maschinen implementieren und kann im Einzelfall auch für kundenspezifische Anforderungen angepasst werden. Und das Resultat? Mehr Wettbewerbsfähigkeit, schneller Return on Investment, hohe Transparenz und Effizienz und vieles mehr. Es braucht keine hohen Investitionen, sie müssen einfach nur loslegen. Gemeinsam gestalten wir Ihre digitale Reise in eine vernetzte und nachhaltige industrielle Zukunft. Let's Nexit it together. Bosch Connected Industry – Biete tiver atual��. Bosch Connected by Kreuz. Bosch Connected by Kreuzer 2.0 Bosch Connected by Kreuzer 3.1 Geräuscherooth.